Da liegt ja auch noch einer. Ach, süße. Ach, die können einfach immer weiter werfen. Ja. Ja, Tür auf, rein. Was? Tür auf, rein, hab ich gesagt. Ja, warum ist das passiert? Ich war nur in Raserei-Modus. Ach so, ich dachte, du... Ich dachte, du hättest jemanden gesehen. Nee. Ist ja gut. Sieht gut aus. Was? Oh. Okay. Oh, der rechts liegt auch noch was draußen. Ah! Oh, da kommt noch keiner. Ich hab keine MONITION. Keine MONITION. Oh. So, den kann ich eh nicht nehmen. Hallo, ich bin Jacob. Sie sind noch immer schwingen? Hey, es ist Emma. Passant hat uns in einen dritten Tunnel, und so far ist es klar. Wir haben eine straighte Schraube durch Hollywood, mit dem Glück. Wie geht es dir? Oh, muddling along. Kein Problem. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Schau dich. Ah, Midi-Pack. Sehr gut. Gingst du da oben weiter? Ja, ja. Ja, ja, ich wollte hier liegende Sachen... Wo war ein Midi-Pack? Äh, da hinten durch. In der Bahn, am Ende. Ganz sanft, am Ende der Bahn. Ich muss hier nicht rüber. So. Wie ich doch noch da, Timper. Achso, mein Meer ist voll toll. Portor. Portor? Ja. Ähm. chemikanien muss ich doch nehmen okay geht doch bestimmt nicht auf die türe so was geht hier auch nichts aber da liegt noch was schrott schrottiger schrott wird man da drin immer trefft überhaupt oder doch ich weiß nicht wo da hinten die tür wo die herkommt da ist eine sicherung ja da kommt man bestimmt obwohl ja weiß man nicht vielleicht wenn man durch die bahn gegangen ist kommt man vielleicht am ende noch heraus ja also ist das wahrscheinlich die stromversorgung ja da kommen wir noch nicht dann kommen wir vielleicht ja jetzt dadurch genau dagegen ist ja passiert und ein und ein oh nein Ah, das Minero Ich muss mich heulen Au Ich gucke in den Laden rein, oder? Das geht so lang Mach auf hier zu schreien, du Arsch Ah, siehst du weg Das sind sie alle War schön Ich habe so eine Rolle War gut, ja Erstmal was trinken Ich muss das mal sammeln Ich muss mich erst mal sammeln Ich muss mich erst mal sammeln Oh Ja, sauber So ein Riegel sollte man nicht verschmähen Da unten haben wir noch ein Energy Hier die Tür geht auch Ja Was machst du hier drin jetzt? Kann ich sie auch wollen Er kann sehr weit werfen Er kann sehr weit werfen Ich kann es hinten Ja, stimmt Da bist du da hingeschmissen Ja Ich bin doch fast voll in die Falle rein gerannt hier Oh Das hier eine Falle ist, ist doch kein Zufall, oder? Ja Gucken wir hier Ah Ja Das ist ja ganz toll Kann man hier irgendwo was Wo müssen wir denn hin? Hier ist ein Sicherungskasten Ich habe hier schon mal die Falle beseitigt, aber Du bist nur, wir brauchen noch eine Sicherung Du hast ja noch eine Sicherung Kann ich die mal eben nehmen? Ja Achso Weil da drüben, drüben an der Tür ist noch Ah Oh Was war das denn? Nee, nee, geht da nicht rein Nee Aber jetzt hängt jetzt liegt die Sicherung da drin rum, oder wie? Oh Oh Und wir haben da drüben noch eine Tür wo eine Sicherung rein muss, wo man einfach hinkommt Achso Ja Ja Ja, das ähm Hm Fantastik In der anderen Richtung ist die, ist die Dings, also nur, dass du das weißt mal Mhm Hm Hm Äh Was ist denn hier noch? Äh, sag mal Schon wieder Tor? Äh, ja, ja Ja Ich hab die Sicherung gesucht, den Finster nicht mehr Konkister hinter, aber nicht doch Warte mal Hier geht's weiter Ganz große Klasse Warte, ich guck mal eben hier Easy peasy Easy peasy Ja Ja Geht ohne Wieso Wo du betest Achso, das ist in der anderen Richtung Nee, ich bin hier Ähm Ähm Wenn du einfach mal darüber springst, über das Achso, da Achso, da Hier am Rand Das war der ursprüngliche Plan gewesen Ah ja Ah ja Weiß zwar noch nicht, wie weit wir hier kommen, aber Auf jeden Fall geht's hier erstmal weiter Ah, da ist auch noch ne Tür Ah, hier sind wir jetzt an dem Ding Ja, da wo die Sicherung rein muss Haha Ganz toll Hm Da muss die Sicherung rein Ja 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 I know Da wollte ich ja auch hier nicht Aber wieso kommt man... Nee, hier kann man nicht dran Warte Gucken hier irgendwie weiter, nee Da geht's hier direkt ins Wasser und im Wasser heißt direkt tot, ne Wo führt denn der Stromkasten hin, der da äh ratzelt, was ist denn das für einer, wo ist der Was ist denn, wenn man nicht versucht, hier unten rein zu gehen, ist, ist da nur Wasser oder kann man sich da irgendwo drauf stellen Ja, da kann man sich eigentlich irgendwo drauf stellen, das ist bei mir zweimal gescheitert Ah, geht drauf, geht auch drauf, das ist doch nicht wahr Ja genau, das war der Hübscher hin und her So, ich stehe aber jetzt auf War auch gar nicht so schlimm Wo ist jetzt die... Wo ist die Sicherung... Ja Wo hattest du die eigentlich gefunden? Da hab ich aus einer anderen Sicherung rausgezogen, aber eben leer So, ja Was mach ich jetzt hier? Hm Ach, hier kann ich sogar durchs Wasser laufen Hier geht's 秀�ow Er ist bei mir ging es nicht Oh ne, oh ne Oh ne Oh ne, jetzt Geh Schloss plötzlich ging es los und eine ganze weile so herumlaufen wie soll dann elektrische elektrisiert vielleicht ist das zu bestimmten welches nur so ein keine ahnung so ein mechanismus das dann irgendwann stromlauf ist für eine weile und da wieder nicht mehr ich bin noch mal heilung reintun ja 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 ich weiß ich weiß ja das war jetzt richtig ok du kannst mich ja nicht rücken scheiße ist ja noch eine drin so was ist jetzt danke ich wollte es auch sagen die sicherung liegt doch wieder darum wo sie ursprünglich her war da habe ich nicht gesehen doch auf dem boden davor so wollte das ausgeräumt übrigens ach so dass der ok warte dann ganz schön gesichert hier ja ich habe da ja vor schon zwei fall drähte allen drähte vorher die tür war doch zu die waren außen davor vor der tür ach so ich glaube hier habe ich alles okay hier oder mit mal runter jetzt hatte nach lief ja ja geil ich habe die ja da unten jetzt verloren in den dings und so wollte man da rein geht kannst du sehr gut sehr gut problem ist du musst die rüber werfen ja geht 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 20 bücken glaube ich ja so warte ok so jetzt kommt nicht an endlich endlich war es hat den raus gefeffert es müsste da aber stille sein da unten oder können wir jetzt dadurch mein zudem ist warte ich bin schon mal gut zu sein das ist kann man die beiden türen rein ja kein problem war das von anfang an richtig gemacht wie man uns kennt den nehme ich mit dass das liegen muss ich habe ausliegen lassen ja das ding hier will nichts audio das ist ich habe ich schon so ziemlich alles genommen was ich nehmen kann jetzt ist noch nicht ganz so aber ich leider dinge recycelt naja aber okay jetzt spaziert hier so ein zombie rum das ist wohl nicht der einzigste ich habe meine waffe in den reinen geworfen ja jetzt ich habe es war die falsche waffe für die falsche situation irgendwie ja so aber jetzt sind wir draußen oder wie achso ja ja klar sind wir draußen ja gut passt ja dann können wir jetzt einfach hier weiter gehen warte hier habe ich keine schuss mehr drin ebenso geht die töte dir zu sagen überall wasser näher so ist doch nichts mit strom verwenden und ja du musst den ganzen Dosen hier öffnen. Kommt wieder einer. Welcher Schusswasser habe ich denn jetzt noch im Start hier? Ich muss da irgendeine. Geht aber mir gar nichts mehr. Oh nein! Ein Rippsender. Ja. Gurke. Nein, nie, gebe ich. Ah Gott, mir die Picks. Sehr gut. Ob Korn's gekriegt. Noch einer. Der kam gerade aus dem Klo aus, wenn du dich da um landen gekümmert hast. Äh, okay, dann kommen wir hier wieder. Ist ja was Interessantes noch? Ja. Oh, hier. Geht ja eigentlich nicht mehr auf meine Schlusswaffen. Ah, jetzt haben wir noch was. Da ist nochmal eine Sicherung. Aber die können uns ja nur wieder selber töten. So lange wir im Wasser rumrennen. Hm. Oh. Deswegen nehme ich es jetzt einfach mal mit. Ja, genau. Da ist kein Strom mehr. Hier geht's. Da ist ja. Ach so. Ja, okay. Ja, so kann man das noch machen. Was? Ja, okay. Okay. Was ist denn hier rum? Wieso krieg ich das nicht? Das krieg ich alles nicht. Hier brennt's. Kannst du ja irgendwo in die Bahn rein? Nein? Nein, ne? So, nein. Und hier? Da hinten. Oder? Ne, sieht nicht so aus. Ne. Ist nur Licht. Ja. Da geht's nicht weiter. Ist schon geil in der Bahn. Ja, klar. Was denn hier? Oh, warte. Hier, guck mal rein. Hier geht die Tür auch drauf. Ich gehe erstmal in die andere Richtung. Oh, hier ist zugeschüttet. Ach, da geht's weiter. Ach so. Dann bin ich wieder raus. Die Batterie ist aber nicht mitgenommen. Nö. Na, jetzt auch. Hier doch auch. Wo bist du denn jetzt? Ach, da. Wo ist da eine? Da. Da. Warum hast du einen Schlaf anzubauen? In der Bahn? Komisch. Ich kann keinen Schrott mehr tragen. Das war's. Okay. Dann können wir dann, äh... Schieß vor. Okay. Das war's. Okay. Dann können wir dann, äh... Schieß vor. Äh. 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 Ach so. Fahrerkabine. Geht's so nicht weiter. Warste schon in dem Waggon hier? Äh. Welchem? In dem hier. Ja, ja. Ah, jetzt sind wir am Ende angekommen. Oh, Tageslicht. Oh, wunderbar, ey. Es war echt schon beklemmend. Oh. This gives me an idea. Yo. How are my lovely people? We're good. Captain, we're nearly there. You? I'll be arriving in style. Found a train carriage that's salvageable. A train? Can you drive one? Oh, nee. I'm hurt. This is Jacob, the chuchu-meister you're talking to. Enjoy your walk. Thanks. Äh. Wo? Oh, hier war noch ein Medikit. Oh, oh, hier drin ist auch noch was Wichtiges. Das ist ne Bahn. Oh. 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 Oh, da kann man sich auch was... What is that here? Ah, da kann man sich auch was... Das ist die Masse hier genommen. Oh, da kann man sich auch was... Oh, das ist die Masse hier. kannst du nicht fassen dann müssen wir uns erst mal wehren okay warte ich hab raserei okay alles gut ja oh so die soziale her ja Oh, scheiße, da Oh, scheiße, da Oh, Digga, kurz brauchen wir sein Oh, 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 oh Ah Oh Okay On me, people, on me Ne, man, nicht, ich bin den Schlamm, ne Da bist du nicht, naja, doch Wo's, wo's Hat der Hai gesagt Oh, scheiße Oh, scheiße Er hat mit mir geredet So ist, bitte Das war gruselig Warum, ich bin doch gar nicht tot Ähm, schon wieder so was Ja Geh doch mal weg, du hier nicht Oh, ich kann mich nicht heilen Nicht heilen Kann mich heilen Nein Jetzt kommt Ah Ach, das ist doch scheiße Okay, ich glaube, du kommst nicht so schnell zu mir Komm nicht an dich ran Ne, ne Beschleunige das hier mal Ich bin doch Eich Ich bin doch